Ja, erstmal herzlich willkommen zum ModernKoiBlog und öfter mal was Neues. Ich habe ja schon mutmaßlich, ähm, ne, es war mutmaßlich, ne, ich habe mutmaßlich vermutet, ich habe mutmaßlich gedacht, ne, die Vermutung lag im Raum, dass hier drunter der Filter ist und dann sage ich, was muss man jetzt, die liegen runter, dann hieß es nein, man muss die liegen nur, so, und so, und glauben Sie mir, ich habe den Filter, mir wurde er nicht erklärt, ich habe ihn nicht gesehen, wir machen das jetzt alles live on stage und dann irgendjemand hat sich nach da hinten verkrümelt und dann hat irgendjemand was von elektrohydraulisch gesagt, vorher waren wir elektropneumatisch. Okay, das wird ein 90 Minuten Video heute. Ach, ich habe jetzt gedacht, das geht im Gesamten hoch, aber das klappt noch und drum die Stühle. Ah, also so leise wie die Abdeckung aufgeht, können sie von Oase sein, oder? Ohohoho, wenn ich morgen im Büro bin, stehen da überall Rosen und Blumen und Danke. Also Sie sehen, das ist das erste Mal im Blog, dass Sie vor mir sehen, wie der Filter aussieht. Langweilig. Gibt es die Abdeckung, die Öffnung der Abdeckung auch für Menschen mit ADHS? im prinzip sieht es sehr baugleich aus zu der anlage von daniel das kann ich schon mal sagen mit dem unterschied da unten ist nass aber das ist regenwasser das von oben rein gekommen ist weil es ja auch auf den abdeckung drauf nehmen mal die kamera bitte auf die hand und dann stürzen uns mal ins getümmel viele kabel die wassertest box was ist das hier also es ist immer schöner wenn man hier irgendwie was drunter macht und dann ein leichtes gefälle das in eine richtung ablaufen kann dann zum beispiel den schotter da rein weil mit der zeit geht nicht nur verskammelt hier nicht nur alles sondern da geht aus geberg kaputt wenn das permanent im wasser steht also wir haben wieder zwei oase trommelfilter vielleicht guckt sich dann daniel den blog mal an dann sieht er wie die siebe geputzt aussehen ja so und das sieht wirklich gut aus übrigens hat daniel wie vorher erfahren hat hat er die 150er siebe drauf oder gehen kabel rein das ist spannend und sein teich wird wahrscheinlich nie die perfekte klarheit bekommen das nur so machen wir dazu geht uns nichts an so wir haben der zweite trommelfiller der geht so rum auf und er ist genauso schön sauber man sieht auch da ist schon einige jahre im einsatz wir kommen auf beide auf den drei und hier auch mit drei also wir kommen mit sechs verbindungsleitungen vom teich an das ist mehr als ausreichend und dann haben wir hier hinten wieder hier hinten haben wir wieder die biologie hier haben die bewegte biologie mit unterirdischen uv-lampen also da muss ich mittlerweile nach 30 jahren nicht mal mehr nach einem produkt nach einem namen nach sonst irgendwas gucken das ist einfach billigstes china zeug wirklich aller billigstes das ist unterste schublade das für teuer geld zu verkaufen die pumpen da hinten sind wahrscheinlich aus der gleichen firma in china wenn sie wüssten wie billig das zeug ist ich sage ihnen mal eins ganz ehrlich es gab mal eine pumpe die wurde in deutschland auf den markt gebracht von einer chinesischen firma die wurde dann hier für zeughaft 500 euro verkauft und ich habe gesagt das kann nicht sein das ist der wert niemals an der pumpe dann habe ich die kennlinie genommen und habe die werte gegoogelt gemacht getan dann bin ich auf einen amerikanischen online shop gekommen jetzt erfahren sie dass das im blog noch nie verraten wissen sie was die pumpe nachher gekostet hat in amerika in us dollar aber von einem händler der sich an privat gerichtet hat 30 us dollar was in europa für 500 euro verkauft wurde das immer genau in der kategorie die menschen sind dumm die haben keine ahnung sind vielleicht auch schon in rente wollen sich was schönes können und den nehmen wir jetzt richtig die kohle ab hört bei mir der spaß auf da bin ich ehrlich und hier haben wir dann das gleiche noch mal und jetzt haben wir im prinzip also wenn hier 50 liter helix filter material drin ist dann ist es viel das ist viel zu wenig und das ist jetzt aber was ich vorher gesagt habe das wurde zwar von sascha gebaut aber nach planung eines seiner hersteller schrägstrich lieferanten schrägstrich großhändler schrägstrich keine ahnung verrate ich nicht also er hat das selber nicht er hat im prinzip nur für den bau geguckt seine verrohung sind vielleicht hier und da ein bisschen zu klein das kann man verbessern aber er verbaut sehr sauber aber die dimension und die produkte selber stammen nicht von ihm also das ist noch mal exakt das gleiche wenn also die anlage mit 50.000 liter hier jetzt muss ich rechnen in so klein mit so klein prozentzahlen rechnen ich noch mal nicht wenn der teich 50.000 hat und wir haben hier maximal 250 liter ja dann sind es zehn prozent wären 5000 ein prozent wären 500 dann ist es ein halbes prozent ne doch ein halbes prozent und jetzt fragen sie aber kamera was erzählst du da immer von wegen wir brauchen zehn prozent wir wollen auch so klares wasser wie die beiden hier wir wollen auch das und das und das drei jahre ist der teich alt ja da müssen sie kies rein machen und dann haben sie ein teich wo ein fisch auf dreieinhalb kubik schwimmt wo viel biologie auch an den teichwänden stattfindet natürlich wenn man jetzt den filter ausschalten würde wird es ein bisschen trüber werden ich bezweifle ob der filter einen großen einfluss hier aufs nitrit hat gerade vorher habe ich noch gesagt wir brauchen die wassertests jetzt nicht ich vermute jetzt da ist auch nicht drin aber unterschätzen sie das nicht selbst wenn sie nur 100 gramm in den teig füttern und ihre biologie läuft nicht dann kann trotzdem können die wasserwerte schlecht werden bei daniel vorher haben wir gemessen obwohl er heute noch nicht gefüttert hat und auch den kies drin hat war das nitritt bei 0,27 viel zu hoch eigentlich für die koi verträgt aber die anlage ist auch noch jung aber langfristig sollte die anlage des morgens wenn nicht gefüttert wird auf jeden fall unter 0,1 halten es gibt auch teiche die da persistiert das nitrit bei 0,15 oder 0,2 das ist möglich ist jetzt auch keine absolute katastrophe aber der normalfall ist es nicht so jetzt haben wir den filter auch gesehen wir brauchen da jetzt auch nicht auf die details eingehen ich kann ihnen auch sagen hier sind noch andere teile verbaut wo ich ehrlich sagen muss das ist nicht state of the art und wahrscheinlich auch nicht preislich das qualitativ nicht das was der preis vorgaukelt dass es qualitativ zu sein scheint interessant finde ich dass mit oase im premium produkt trommelfilter und dann mit allem anderen da drum herum gebastelt wird interessant aber das ist jetzt nun so der teich ist klar aber bevor ich jetzt den teich mit der doppelten menge fisch besetzen würde würde ich erstmal hier nochmal schauen ob man da optimieren könnte vielen dank für ihr interesse und vielen dank an evelyn max dass wir hier bloggen durften machen sie es gut und bis zum nächsten mal ciao